Also wir machen mit dem Ares gerade mal ein kleines Suchspiel. Ich habe dazu ein Legerli in der Größe versteckt, an einem Hang, das hat er nicht mitbekommen. Und jetzt gucke ich einfach mal, wie er das findet und ob er das findet. Das ist Legerli, das ist ungefähr 20 bis 30 Meter weg. Ares, Sitz! Und der Wind kommt von rechts. Ares, zuvorhand! Los! Mal gucken. So ungefähr 10 Meter höher, wie da, wo er jetzt gerade unterwegs ist. Und jetzt sieht es gut aus. Gut, Ares, sehr gut! So, komm her, komm her mal, Gude. Sitz! Sehr gut. Gut gemacht. Ja.